Es hat mich eigentlich nichts bewogen. Ich wäre gerne in Amerika geblieben, aber die Lehman Brothers Pleite hat mir alle meine Pläne kaputt gemacht. Es war plötzlich kein Geld mehr da. Wie gesagt, in Amerika gibt es keine Subventionen. Man kriegt Geld von Sponsoren und in einer Krise ist das das Erste, was die Sponsoren aufgeben, die Kultur zu unterstützen. Das lernen wir jetzt ja hier auch langsam kennen auf diese Weise. Und es gab nichts mehr Interessantes zu tun. Und dann ist die Stelle in Bern frei geworden und ich habe gedacht, ja, es ist jetzt schon ein Abstieg zunächst. Ja, machst du es halt. Und dann, ganz bald habe ich gemerkt, das ist die glücklichste Entscheidung meines Lebens gewesen. Und es ist ein Potenzial, wie ich es mir in Amerika nicht hätte träumen können, was man hier vorfindet oder vorfand. Es ist ja immer so, dass Dirigieren ein wenig mit Stress verbunden ist. Also du musst Stücke schnell lernen, du musst ein Orchester führen, du hoffst, dass du ein glückliches Händchen hast. Es braucht ja nicht nur Können, es braucht auch Glück. Und es schien mir so, als würde mir in Bern alles zufliegen. Das Orchester hat sich ganz schnell auf mich eingestellt. Es hat ganz rasch meinen Klang umsetzen können. Wir haben ganz rasch auch Disziplin gefunden. Wir haben eine Sprache miteinander gefunden. Ich musste nicht mehr eine Rolle spielen. Ich konnte plötzlich mich selbst sein. Ich durfte Sachen realisieren, die anderen Orts mir nicht gewährt worden wären oder sind. Insofern kann ich sagen, das war eine Glückssträhne. Und wir hatten auch Glück. Wir hatten plötzlich wieder viel mehr Publikum. Wir hatten Zuspruch in der Stadt. Wir wurden akzeptiert. Wir konnten Tourneen und Aufnahmen machen. Es war wirklich eine Glückssträhne. Also der erste Teil des Satzes, den muss ich einfach stehen lassen. Aber diese Scheissmusik hat mir auch wahnsinnig viele glückliche Momente gebracht. Sie hat mir, wenn der Schmerz überwunden war oder wenn der Stress vorbei war oder wenn die Unsicherheit weg war, eine Befreiung gebracht, wie ich sie mir nicht anders, besser, reichhaltiger vorstellen könnte. Es ist fast so eigentlich wie eine Droge, nur dass man ganz klar im Kopf ist und dass diese Klarheit einem irgendwo hinbringt, wo man sonst nicht hinkäme. Also die Musik hat mir Räume geöffnet, die ich in meinem Leben so nicht hätte betreten dürfen und können. Es ist ein Aberglaube. Also zunächst ist es so, dass ich immer kalt habe am Hals und immer ein wenig heiser war. Und dann habe ich einfach auf den Rat meines Freundes, der Arzt sitzt, einmal einen Schal angezogen. Sommer und Winter, nachts und tagsüber und es war weg. Und ich habe ein paar Mal Glück gehabt mit diesem roten Schal und da habe ich gedacht, ja vielleicht ist es so eine Art wie ein Talisman. Und heute ist es natürlich viel mehr. Ich gehe maskiert durch die Stadt, kein Mensch kennt mich, aber am roten Schal werde ich gekannt. Und ich kann meine Identität wechseln, indem ich zum Beispiel einen blauen nehme. justt mehr. Bis zum nächsten Mal. 福